Gemeinsam durch die Galaxis mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach. Ja, lieber Paul. Hallo Susanne. Da haben wir uns wieder zum gemeinsamen Spazierengehen am Himmel in der Galaxis verabredet. Ja. Und diesmal soll es um ein Thema gehen, wo gerade du, glaube ich, als jemand, der selber ganz viel zum Himmel schaut und dort beobachtet, große Erfahrung mit hast. Ja. Treffen sich zwei Planeten oder mehr oder was anderes am Himmel? Ja, Planeten sind ja die Wanderer am Sternenhimmel. Und wenn wir beide einen Spaziergang durchs All unternehmen, dann treffen wir heute eben auf andere Spaziergänger, die sich gegenseitig überholen können, begegnen können, ein Stück weit zusammen am Himmel ihre Bahnen ziehen und sich dann wieder voneinander entfernen. Und mich hat das einfach mal gepackt. Ich habe mich mal dafür interessiert, wie oft kommt das vor? Also wenn sich zum Beispiel so zwei helle Planeten begegnen, wie Jupiter und Venus, die sind eben besonders schön und hell und die stehen dann zusammen am Himmel. Das war bei uns jetzt zuletzt im März der Fall. Und dann habe ich natürlich auch ein schönes Fotomotiv. Und wenn das ganz toll ist, dann sind die Planeten auch mal so eng zusammen, dass sie zusammen im Teleskop als Planeten zu sehen sind. Denn, also man muss ja sagen, ein Planet ist für jemand, der das nicht weiß, was er da sieht, erstmal nur ein heller Punkt am Himmel. Und das könnte dann auch ein Stern sein. Wobei, wenn man es genau betrachtet, dann ist es eben viel ruhiger vom Licht als ein Stern. Sterne flackern mehr. Und das hat damit zu tun, dass Sterne zwar viel größer sind, aber viel weiter weg. Und dann erscheinen sie für unsere Atmosphäre quasi punktförmig und der Lichtstrahl wird durch die Luftturbulenzen gestört. So ein Planet ist zwar viel kleiner als ein Stern, aber sehr, sehr viel näher. Der ist Teil unseres eigenen Sonnensystems und der schickt dann so ein winzig kleines Bündel von Lichtstrahlen, das weniger gestört wird. Also mit bloßem Auge würde man schon mal sagen, Planeten sind meistens auch tendenziell heller als Sterne. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, sie leuchten auch tendenziell ruhiger als Sterne. Aber dass man sie so als kleine Kügelchen oder besser so sehen dann aus wie Scheibchen im Teleskop sieht, das ist dann so ab etwa vielleicht hundertfacher Vergrößerung. Und wenn man dann zwei Planeten in einem Gesichtsfeld hat, da reden wir von Gesichtsfeldern am Himmel so groß vielleicht wie der Mond. Und das ist noch viel seltener. Und das war zum Beispiel so, als sich im Dezember 2020 Jupiter und Saturn begegneten. Und das ist sehr selten. Zum Beispiel kommt das nur so etwa alle 20 Jahre vor. Und das war für mich auch der Anlass, mal so ein bisschen einzusteigen, mal zu erforschen oder mir mal so einen Überblick zu verschaffen. Wie häufig ist das? Und gibt es da bestimmte Rhythmen, Zyklen? Also Rhythmen interessieren mich als Musiker natürlich besonders. Und ich muss sagen, das war alles viel spannender, als ich erwartet habe. Und das Tolle dabei ist ja auch, dass das etwas ist, das man manchmal richtig auffällig am Himmel beobachten kann. Wir bekommen im Planetarium öfter mal Anfragen. Da ist es dann allerdings oft nicht so, dass es zwei Planeten sind, die sich da am Himmel scheinbar begegnen. Sondern, dass der Mond mitspielt. Also das kommt ja recht regelmäßig vor, weil der Mond schnell über den Himmel wandert. Und dann steht der Mond einmal im Monat ziemlich nah beim hellen Planeten Jupiter zum Beispiel. Ja, der ist ja jetzt, der stand ja jetzt im November der Sonne gegenüber am Himmel in diesem Jahr. Das heißt, der ist bis ins Frühjahr hinein noch am Abendhimmel zu sehen. Und da der Mond so einmal in einem knappen Monat uns umrundet, muss er natürlich auch so einmal im Monat circa am Jupiter vorbei. Jetzt kann das sein, dass der genau seinen engsten Abstand zum Jupiter hat, wenn beide auch bei uns für unser Beobachtungsgebiet hier über dem Horizont stehen. Kann aber auch sein, dass die engste Begegnung auf der anderen Erdhemisphäre zu sehen ist. Und dann sehen wir ihn am Abend vorher und am Abend nachher erst rechts, also westlich, und am nächsten Tag links, also östlich des Mondes. Und es ist auch jedes Mal die Frage, wie sind die zueinander, wenn sie sich begegnen? Zieht der Jupiter oder zieht der Mond nördlich oder südlich an diesem Planeten dann vorbei? Oder bedeckt der Jupiter oder wird der Mond tatsächlich über den Jupiter hinweg wandern scheinbar und es kommt zu einer Bedeckung. Das ist aber selten und ist tatsächlich im November am Taghimmel vorgekommen, dass der Mond die Venus bedeckt hat. Ja. Du hast versucht es zu beobachten, aber du hattest Regen und Wolken. Ich habe versucht, ich bin grandios gescheitert, es hat also wirklich in Strömen geregnet und was soll ich hier sagen, kaum, dass das ganze Ereignis vorbei war. Und bei astronomischen Ereignissen ist es ja so, wenn die vorbei sind, sind sie vorbei. Du kannst ja nicht zurückkurbeln oder auf Repeat oder spring mal zehn Minuten zurück. Und das ist halt auch das Spannende, wenn du dir die Perioden anguckst, du kannst jetzt nicht sagen, oh, der Mond hat jetzt die Venus bedeckt, es war jetzt leider gerade Regen. Wir wiederholen das nochmal ein paar Stunden später, war es doch klar? Nein, da ist die Himmelsmechanik leider gegen und die ist ganz unbestechlich. Ja, und dann kamen die Wolkenlücken leider zu spät. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Chancen. Also man muss dazu sagen, warum passiert das nicht jedes Mal, wenn der Mond doch so einmal im Mond naht, einmal so alle 29,5 Tage, um mal etwas genauer zu sein, einmal rumkreist. Und die Planeten haben natürlich auch noch eine Eigenbewegung, aber so alle 29,5 Tage sollte doch eigentlich der Mond an den Planeten vorbeikommen. Und wenn die alle jetzt in einer Ebene wären, wenn das alles so von oben betrachtet, so in einer, wie bei einer Diskusscheibe, in einer Ebene wäre, dann würden sie von der Erde aus gesehen auch viel regelmäßiger voreinander herziehen. Aber das ist ja erkennbar nicht der Fall. Das stimmt eben nicht ganz und da muss man zurückschauen bis in die Geburtszeit unserer Sonnensystems sogar und sich einmal fragen, warum denn die Planeten, die Sonne und der Mond überhaupt ungefähr immer an derselben Stelle oder in demselben Bereich, in demselben Band von Sternbildern am Himmel stehen. Das sind die berühmten Sternbilder des Tierkreises, wo jeder irgendwie die Namen kennt. Jungfrau und Löwe und Stier und also alle diese, die sehr bekannt sind, weil sie halt von den Babyloniern vor über 3000 Jahren aus eher astrologischen Gründen, aber die haben auch schon beobachtet, sehr genau erfunden worden sind. Und zwar eben deswegen, weil sich da so viel tut. Die Objekte des Sonnensystems laufen immer in diesen Sternbildern. Und das liegt daran, dass sich unser Sonnensystem aus einer ziemlich flachen Scheibe aus Staub und Gas gebildet hat vor viereinhalb Milliarden Jahren, aber eben ziemlich flach, ist nicht ganz flach. Also es ist ein Diskus, doch ein Diskus, aber eben nicht so ein strichförmig dicker, sondern eher ein etwas dickerer Diskus und da konnten dann so ein paar Grad plus minus Abweichungen sein. Also stell dir mal vor, wir hätten so verschieden große Gymnastikreifen und wir würden die etwas gegeneinander verkippen. Und dann würde man schon sehen, manchmal können die Abstände auf diesen Bahnen eben nördlich oder südlich abweichen und der Mond, der hat so fünf Grad zu unserer Erde. Ja, also es hat was tatsächlich mit der Entstehung unseres Sonnensystems zu tun vor viereinhalb Milliarden Jahren. Und der Mond hat ja nochmal eine ganz eigene Entstehungsgeschichte. Das war ein bisschen später. Der Einschlag, der da von so einem Protoplaneten, soweit ich weiß, der da das verursacht hat, der kam ja dann auch eher so aus dieser Ebene und haben sich aus diesen Trümmern dann auch eher in der Ebene wieder was gebildet. Genau. Und diese Highway am Himmel, die hat ja auch so einen sehr symbolträchtigen Namen, die sogenannte Ekliptik. Und da steckt doch für einen Finsternis-Fan schon das Wort Eklipse, Finsternis drin. Das kommt vom griechischen Wort für Finsternis. Und ja, das ist also übersetzt sowas ähnliches wie die Finsternis-Linie. Das betrifft dann natürlich die Erde, die Sonne und den Mond zunächst mal. Wenn wir an Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse denken, wo sich, bei einer Sonnenfinsternis ist das vielleicht am eindeutigsten, da schiebt sich ja dann der Mond vor die Sonne, ist auch so eine Begegnung von zwei Objekten am Himmel. Auf astronomisch heißen die alle Konjunktionen. Und da müssen die natürlich an derselben Stelle sein. Jetzt ist die Mondbahn gegen die Erdbahn um fünf Grad geneigt. Das heißt, das ist nicht immer der Fall. Nicht bei jedem Neumond gibt es eine Sonnenfinsternis. Sondern, naja, ganz theoretisch viermal im Jahr, aber in Wirklichkeit totale Finsternis vielleicht einmal im Jahr, maximal zweimal im Jahr. Dass das wirklich so stimmt. Der nächste Interessante übrigens, 8. April 2024 in den USA zu beobachten, unter anderem. Genau. Die nächste Totale, die zieht sich über Mexiko und einen großen Teil der USA, von Texas bis Nordosten. Und ja, könnte ein Reisegrund sein. Denn ein gegebener Ort ist von so einer totalen Sonnenfinsternis halt nur alle im Mittel 100 Jahre oder so getroffen. Partielle, also wenn der Mond sich zum Teil nur vor die Sonne schiebt, sieht man natürlich ein bisschen öfter. Da ist der Streifen viel breiter. Also bei einer totalen Sonnenfinsternis ist der Streifen vielleicht so 200 Kilometer breit. Und rast dann so mit Überschallgeschwindigkeit dieser Schattenfinger über die Erdoberfläche. Und partiell, das sind glaube ich so 6000 Kilometer. Also wenn man damit zufrieden ist, dass die Sonnenscheibe, kann man natürlich nur mit einer geeigneten Brille oder in Projektion sehen, so ein kleines bisschen angeknabbert ist, dann hat man da schon öfter die Chance. Aber total ist selten. In Deutschland müssen wir noch bis in die 2080er Jahre warten, bis es in Süddeutschland dann mal wieder so weit ist. Aber das sind auch Konjunktionen und dasselbe Prinzip gilt eben auch für Treffen sich zwei Planeten am Himmel, weil auch die Bahnen der Planeten gegen die Bahn unserer Erde um so ein paar Grad geneigt sein können. Weil diese alte Staub- und Gasscheibe eben schon eine endliche Dicke hatte. Die war nicht total flach. Ich habe mal so ein bisschen geguckt anlässlich dieser sehr schönen, sehr prominenten Begegnung von Saturn und Jupiter. Das war Dezember 2020. Und es kam raus, oder ich habe dann auch gelesen, ich wusste es eigentlich auch schon, weil das nicht meine erste Begegnung der beiden war, die ich beobachtet habe, dass es da so einen knapp 20-jährigen Rhythmus gibt. Interessant, um da aber so ein bisschen tiefer einzusteigen, ich glaube, das lohnt sich, ist, dass es in den meisten Fällen, wenn die zwei sich begegnen, die kommen sich einmal nah und dann war es das. Wenn das aber rund um die Zeit ist, wo die von uns aus gesehen der Sonne am Himmel gegenüberstehen, dann überholen wir auf der Erde die beiden äußeren Kollegen da auf der Innenbahn. Und als Abbild dieses Überholmanövers scheinen die so eine Schleife am Himmel zu ziehen. Das ist ein uraltes Problem der Himmelskunde gewesen, auch in der Geschichte, dass es diese Planetenschleifen gab, das wussten schon die alten Babylonier, die haben die schon gesehen. Und warum kehrt ein Planet auf seiner Bahn plötzlich um, läuft nicht vor den Sternbildern von Westen nach Osten wie sonst immer, sondern auf einmal von Osten nach Westen vor den Sternbildern und ist dann auch noch am hellsten. Das konnten nur die Götter gewesen sein. Und dann gab es alle möglichen Ideen, bis dann im heliozentrischen Weltbild, also Sonne in der Mitte und Erde und die Planeten kreisen um die Sonne, diese Schleifen als kosmische Überholmanöver identifiziert und entlarvt worden sind. Alles eine Frage der Perspektive letztendlich. Es ist nur quasi von unserem Raumschiff Erde aus so. Aber wenn man es von der Sonne sehen würde, stehen die Planeten ja auch nah beieinander. Das heißt, wenn ich weiß, wie die Umlaufzeiten sind, das sind so circa 29 Jahre beim Saturn und knapp zwölf Jahre beim Jupiter, dann kann ich ja im Grunde einfach ausrechnen. Also nach zwölf Jahren ist der Jupiter wieder im selben Sternbild. Aber der Saturn ist ja dann weitergerückt. Das heißt, zwölf Jahre plus noch was dauert es, bis der Jupiter den Saturn wieder eingeholt hat. Und man kann im Grunde für alle Planeten… Und dadurch kommt man dann auf diese 20 Jahre, diesen ungefähren Zyklus… Genau. 19,877 Jahre sind es tatsächlich. Und ja, viel seltener ist das natürlich, wenn ich gucke, wann überholt denn Saturn seinerseits wieder einen äußeren Nachbarn. Das sind also 45 und ein paar gequetschte Jahre, die es braucht, bis Saturn den Uranus überholt. Und Uranus wiederum überholt seinen äußeren Nachbarn Neptun nur alle 173 Jahre. Also je weiter die draußen sind, je länger die Umlaufzeit ist, desto seltener ist das. Aber mit diesen Schleifen ist es von den äußeren Planeten eben so, dass sie sich dann, wenn die eben rund um ihren Gegenüberstand der Sonne, also Opposition nennt man das in der Astronomie, wenn die rund um dieses Datum sich überholen, von der Sonne aus gesehen, dass sie dann von der Erde aus gesehen sich durch diese Schleifenbewegung sogar dreimal begegnen können. Genau. Dann bin ich also richtig, dass die sich gerade am Himmel sowieso sehr nah sind. Das ist diese 19, fast 20 Jahre Periode. Und zusätzlich setzt die Erde gerade zum Überholen an. Und dann überholt sich natürlich alle beide, die stehen ja nah zusammen. Und deswegen habe ich dann diese dreifache Begegnung. Wie oft ist das? Das ist nicht jede von diesen. Also das war zuletzt 1981. Und das Überholmanöver im Jahr 2000 und im Jahr 2020 war das leider nicht. Ich glaube, die 2040er ist wieder eine dreifache erst wieder. Also das ist leider eine sehr seltene Sache. Übrigens, alle 60 Jahre begegnen sich die beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn im gleichen Sternbild. Das hat Kepler schon gewusst und so ein Diagramm gezeichnet. Und das verschiebt sich nur sehr langsam. Also jetzt die 2020er Begegnung war im Steinbock. Dann gibt es noch eine Begegnung im Stier und in der Jungfrau. Und das wandert aber über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende, wandern diese Swinging Sixties, diese 60 Jahre Perioden so langsam durch die Sternbilder. Also zum Beispiel von der Jungfrau in die Waage bewegt sich das. Und wir reden jetzt natürlich über Jupiter und Saturn als Konjunktion. Einmal, weil die wirklich auffällig ist, besonders weil der Jupiter so hell ist. Weil die auch recht langsam über den Himmel laufen, alle beide. Und deswegen ziemlich lange nah zusammenbleiben. Das heißt, man kann das länger sehen und noch länger, wenn sie sich sogar dreimal begegnen. Aber unser Podcast ist jetzt kurz vor Weihnachten am Start. Aha, da gibt es eine Beziehung. Im Jahr 7 vor Christus, vor unserer Zeitrechnung, vor Christi Geburt und da sind wir dann gleich in Schwierigkeiten, hat es auch so eine dreifache Begegnung sogar gegeben. Also diese auffälligste, am längsten dauernde. Das ist ja auch ein Thema, was gerade vor Weihnachten in Planetarien sehr beliebt ist. Dieser berühmte Stern von Bethlehem oder der Weihnachtsstern, ich meine nicht die Pflanze, sondern... War diese Begegnung der Stern von Bethlehem. Auch wir schließen uns da jetzt nicht aus. Wer jetzt in diesen Tagen zu uns ins Planetarium kommt, wird tatsächlich ein Weihnachtsprogramm bei uns finden. Sternen ganz zur Weihnachtszeit, wo wir das demonstrieren. Allerdings sagen wir dann auch dazu, naja, Stern von Bethlehem ist eine kritische Geschichte. Die Konjunktion hat es gegeben. Ja. Aber Paul, du hast auch Theologie studiert. Habe nun, ach, auch Theologie, ja, das lange ist zäher. Was sagt der Theologe zum Stern von Bethlehem? Gut, ich maße mich nicht an, jetzt hier da total mit Expertenwissen, die um mich zu schmeißen. Ich weiß, dass solche Texte, also biblische Texte natürlich auch vor allem erst einmal eine theologische Ebene haben und weniger als naturwissenschaftliche Berichte zu lesen sind. Also das ist ja die berühmte Stelle mit den, was wir so als die heiligen drei Könige bezeichnen. Das sind ja im Matthäusevangelium die Magier von den Aufgängen, je nach Übersetzung. Die Magoi, was waren das? Astronomie und Astrologie gingen damals eher nicht getrennte Wege. Also würde man, glaube ich, nicht so ganz verkehrt liegen, wenn man dann so Sterndeuter sagt. Und wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Ja, was heißt das? Das ist sehr interpretationsoffen. Und man kann das natürlich versuchen, astronomisch dann zu knacken. Also diese eine berühmte Theorie ist ja dann eben mit dieser Konjunktion. Da gab es ja den Wiener Astronomen. Dukepio oder so ähnlich. Dukepio, ja genau, der hat da ein sehr schönes, noch verbreitetes Buch drüber geschrieben. Der hatte so als Clou noch, dass das Ganze in den Fischen steht. Und er meinte damals in der Zuordnung der antiken orientalischen Mythologie wäre also, dass die Fische Symbol für Judäa und dann der Saturn da drin. Ja, und der Jupiter sollte der Königstern sein. Und der trifft dann in dem Sternbild, das für die Juden steht. Ja, und dazu kommt noch, dass wenn man von Osten dann Richtung Bethlehem käme, dass man dann noch dieses berühmte Zoliakalicht gesehen hätte, was unter einem dunklen Wüstenhimmel dann so ausgesehen hätte, als würde von diesen beiden hellen Planeten so ein Lichtkegel Richtung Horizont ausgehen. Also Zoliakalicht ist ja Staub in unserem Sonnensystem, was eben in dieser Ebene, wir sprachen eben über den Diskus, das sind so die Reste von dem Diskus, von dieser, also die allerletzten Verdünnten. Der letzte Staub, der in der Ebene im Sonnensystem halt noch da ist, genau. Ja, und der kann eben Sonnenlicht streuen. Und man kann zu bestimmten Zeiten, besonders wenn man nicht so in unseren Breiten ist, sondern so mehr Richtung Tropen, da kann man zu bestimmten Zeiten vor Sonnenaufgang oder eben abends nach Sonnenuntergang diesen Lichtschimmer durchaus auffällig sehen, so ähnlich hell wie das leuchtende Band der Milchstraße. Und wenn das eben von einem solchen Planetenduo ausgeht, das hätte natürlich auch sehr spektakulär ausgesehen. Ja, trotzdem hat diese Interpretation ein paar Probleme. Eins davon ist bei einer Konjunktion, auch bei einer dreifachen, die sind nie als ein Stern erschienen. Die sind sich nicht so nah gekommen, dass sie wirklich miteinander verschmolzen wären, sodass man sagen könnte, da steht jetzt ein Stern am Himmel. Außerdem wussten die Babylonier, weil die wirklich gut Astronomie konnten. Ja, Babylon war im Römischen Reich, also zu dieser Zeit schon so ein bisschen im Niedergang, aber die wussten, dass das Jupiter und Saturn war. Also das war denen schon klar, dass das eine Begegnung von zwei Planeten war und kein neuer Stern. Und dann habe ich natürlich, aber das ist glaube ich lösbar, das Problem, ja, hat halt sieben vor stattgefunden. Ja. Aber wann Jesus geboren worden ist, wissen wir sowieso nicht so genau. Nee, nee, das ist dann eine andere historische Frage. Entsprechend gab es ja auch noch Alternativen für die Betrachtung. Es könnte eine Supernova sein oder es hätte eine enge Begegnung auch zwischen Jupiter und Venus. Die sind ja viel häufiger, da laufen übrigens auch immer so drei Zyklen ab, parallel. Und wenn man am Morgenhimmel eine schöne Begegnung sieht, sieht man auch zehn Monate später aus einem anderen Zyklus eine Begegnung von Venus und Jupiter am Abendhimmel. Weil auch da gibt es ganz erstaunliche Zyklen, die zum Teil über 70 Jahre anhalten und so alle 24 Jahre entsteht ein neuer. Sodass man auch da sagen kann, diese beiden sehr hellen Planeten in der Abend- oder Morgennimmerung hätten auch sehr schön aussehen können. Und die Königsdisziplin wäre natürlich, also Jupiter kann nie die Venus bedecken, das ist ein äußerer Planet, aber Venus kann Jupiter bedecken. Nicht, dass wir das jetzt demnächst erleben würden. Das nächste Mal passiert das am 22.11.2065, leider sehr nah an der Sonne und damit wahrscheinlich unbeobachtbar. Und die anderen Möglichkeiten beim Stern von Bethlehem, wenn ich da jetzt sage, naja, nehme ich es doch mal wörtlich, ein neuer Stern erschien. Supernova ist das Ende eines Sternlebens, aber okay, erscheint als neuer Stern am Himmel, müsste man aber Spuren sehen. Also so eine Supernova hinterlässt eine sich ausdehnende Gaswolke, die kann man über Jahrtausende mit großen Teleskopen finden, die kennt man alle. Da gibt es einfach keine, die im Alter passt. Oder wer über den Weihnachtsmarkt geht um diese Zeit, sieht an vielen Weihnachtsmarktständen den Stern von Bethlehem mit einem Schweif. Ein Komet, natürlich. Kann man nicht ganz ausschließen, es ist kein bekannter Komet, aber ein Komet als Ankündigung eines freudigen Ereignisses war auch durchaus ein Unglücksbote im Altertum. Ja, ja. Ist alles schwierig und ich glaube, theologisch muss es den gar nicht unbedingt gegeben haben. Nein, 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 theologisch ist das eher allegorisch zu verstehen und symbolisch zu verstehen. Es gab sogar mal die Deutung, dass das, ja, sogar auf römischen Münzen, dass man so mondbedeckt Jupiter, dass das irgendwie dann auf Münzen als Hinweis auf einen neuen König war. Also in der Antike gab es da unglaublich viele Konzepte. Aber wo du gerade sagst, Komet, da gibt es ja dieses schöne Bild von Giotto, der in Padua in einer Kapelle so ein Fresco gemalt hat und der Komet, den er da vor Augen hatte, ist der hallische Komet, der ja alle 76 Jahre kommt. Und der wäre ja auch so ungefähr um die Zeit mal, hätte der vorbeigeschaut. Ja, der hat den auch wirklich gesehen, der Giotto, also als der Giotto die Krippenszene mit den heiligen drei Königen, die, wie wir schon gehört haben, im Beginn weder heilig noch drei noch Könige waren, sondern die Sterndeuter aus dem Osten, als er diese Krippenszene gemalt hat, wo der Komet über der Krippe steht, der Giotto, der hatte den heilischen Kometen im Kopf, den er vorher gesehen hat. Aber um Christi Geburt war er gerade nicht in der Nähe. Ah, dann gut. Es gibt ja Kometen, die auch so einmalige Wanderer sind, die da mal vorbeischauen und sehr hell. Ja, es kann natürlich so ein Komet, der so ein einmaliger Wanderer war, die waren ja manchmal besonders hell sogar. Wir sprachen darüber, wir hatten ja eine Folge über Kometen. Wenn die ganz frisch von außen kommen, dann haben die besonders viel Material, das sich im Sonnenlicht ablösen kann. Aber es wäre komisch, wenn um Christi Geburt rum gab es schon eine ordentliche Geschichtsschreibung, wenn das nirgendwo in einer anderen Quelle zu finden wäre. Und sei es in chinesischen zum Beispiel, da hätte man ja auch Aufzeichnungen über sowas gelingen. Auch eine Nova übrigens, die haben wir ja auch weit zurückreichend. Ich habe noch ein paar Aspekte, jetzt nochmal weg vom Stern von Bethlehem, zu diesen Konjunktionen überhaupt. Also wie gesagt, Planetenbedeckungen, sehr, sehr selten, das gibt es. Und ja, vor allem mich interessieren Ansammlungen von mehr als nur zwei Planeten. Also viele kennen ja wahrscheinlich so dieses Hollywood-mäßige, so Lara Croft-Style, also irgendwie irgendwas passiert, weil alle Planeten in einer Reihe stehen. Ja, da gibt es doch sogar die Leute, die da dann den Weltuntergang vermuten. Oh, das Sonnensystem gerät irgendwie aus der Balance, weil alle Planeten auf einer Seite stehen. Und das kippt dann irgendwie komisch. Aus astronomischer Sicht keinerlei Beunruhigung bitte an alle, die uns zuhören. Und das ist völlig ungefährlich und hat keinerlei Einfluss auf die Stabilität des Sonnensystems. Aber am Himmel muss es toll aussehen. Mücken werden nicht an Elefanten aus der Bahn bringen, das wohl nicht. Das sind ja so die Kräfteverhältnisse dann gravitationsmäßig, selbst mit dem dicken Jupiter. Aber wir müssen, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden jetzt. Das eine ist, Planeten wirklich in einer Reihe, von der Sonne aus gesehen, oder Planeten in einem engen Feld umeinander, so am Abend- oder Morgenhimmel. Denn der Witz ist ja, wenn, sagen wir mal, die fünf klassischen Planeten, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, wenn die mit freiem Auge sichtbaren Planeten alle so in einem Bereich am Himmel sich knubbeln müssen, dann geht das ja nur am Morgen- oder Abendhimmel. Denn Venus und Merkur sind innere Planeten. Die kommen ja gar nicht so weit weg von der Sonne. Die können gar nicht um Mitternacht zu sehen sein. Das heißt, wir müssen eigentlich erst mal gucken, in den Jahren, also Venus und Merkur, die umkreisen ja die Sonne ziemlich nah. Das heißt, die kommen auch so ziemlich jedes Jahr mal an allen anderen Planeten vorbei. Das ist ja nicht zu vermeiden. Genau wie die Sonne einmal im Jahr vor dem Planeten vorbeizieht und sie dann verschwinden oder alle 13 Monate oder bei Max ein bisschen länger, weil der eine höhere Eigenbewegung hat. Aber je weiter der Planet draußen ist, desto mehr nähert sich das, dass man sagen kann, die Sonne zieht da einmal im Jahr dran vorbei. Und dann müssen die anderen inneren Planeten eben mit. Und die kommen dann auch dran vorbei. Also müssen wir mal gucken, wann knubbeln sich zum Beispiel Jupiter und Saturn. Das ist ja so alle 20 Jahre. Und was ist dann mit Merkur und Venus und steht auch noch der Mars in der Nähe. Und das heißt, also alle 20 Jahre hat man die Chance, auch die fünf hellsten Planeten ziemlich nah beieinander zu sehen. Da gibt es zum Beispiel am Abend des 8. September 2040. Das ist auch etwas, was wir im Planetarium immer zeigen. Ich mache ja am 2. Januar wieder bei euch im Planetarium. Was bringt 2024? Das ist ja so meine Jahresausblicks-Show. Und wir versprechen jetzt schon, allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, am 2. Januar zeigen wir das. Das, was da 2040 sich als supertolle Konjunktion am Himmel tun wird. Wie nah die dann zusammenstehen. Wir sind allerdings eben auch ziemlich nah an der Sonne. Und aus Deutschland, Deutschland ist glaube ich nicht der optimale Ort. Nee, 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 weil da ist diese berühmte Ekliptik eben sehr flach bei uns am Himmel. Aber sagen wir mal schon so Kanaren, das sieht dann schon sehr gut aus. Also man könnte schon mal für 2040 überlegen, wo man dann hinfährt. Aber Kanaren im September ist doch nett. Ja, das sollte ganz schön sein. Also ein bisschen weiter nach Süden sollte man. Man sollte ein bisschen weiter nach Süden. Also das ist zum Beispiel, dass man, und da kommt dann auch noch die Mondsichel dazu, und dann ist dann noch ein heller Sterne in der Jungfrau da an dem Abendhimmel. Das sieht total spektakulär aus, wenn man das simuliert mit einem Planetariumsprogramm oder mit einem richtigen Planetarium. Sieht ganz toll aus. Und also sowas kann man langfristig berechnen. Aber das ist noch nicht diese Geschichte, alle Planeten in einer Reihe. Also abgesehen davon, dass durch diese Verkippung der Bahn untereinander so ganz in einer Reihe sowieso nicht klappt. Aber man könnte zumindest abschätzen, wann stehen die denn mal so grob in einer Reihe. Und da gab es diesen belgischen Mathematiker Jean Mueus. Der hatte eine tolle Idee. Er hat nämlich gesagt, wir nehmen mal ein Feld von am Himmel, einen Kreisausschnitt von 3,6 Grad. Warum 3,6 Grad? Das ist der hundertstel Teil eines Kreises. Ein Kreis hat 360 Grad, davon ein hundertstel. Dann ist das eben 3,6 Grad. Und jetzt gucken wir mal, wie oft sich Planeten genau in diesem Segment, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsfrage, aufhalten. Und wenn man das addiert oder das multipliziert, wird das natürlich, je mehr beteiligte Planeten sind, immer seltener. Und diese Abschätzung, das würde jetzt Jahrmillionen dauern. Haben wir ein Datum? Das ist wirklich alles in einer Reihe. Da gibt es so Abschätzungen. Das würde tausendmal länger dauern, als das Universum bisher alt ist. Das wären also nicht irgendwie 13,7 Milliarden Jahre, sondern eher so 14 Billionen Jahre. Und dann hat sich unser Sonnensystem sowieso mehr als erledigt. Also könnte man eigentlich sagen, die komplette Aufreihung von allen Planeten, also wenn man auch noch Uranus und Neptun dazu nimmt, von allen acht Planeten, inklusive Erde von der Sonne aus gesehen, so mehr oder minder eine Reihe. Ja, je enger man dieses Kriterium wählt, desto seltener ist es, sodass man fast sagen kann, das wird nie passieren. Schon gar nicht so wie in Hollywood. Was aber passieren wird, ist zum Beispiel, dass bei diesen engen Begegnungen von Jupiter und Saturn, da muss es doch auch irgendwann mal vorkommen, dass der Jupiter vorm Saturn herzieht. Also den so richtig bedeckt dann doch. Und das wird passieren. Dass es zu einem Stern wirklich verschmilzt. Ja, genau. Also nicht wie beim Stern von Bethlehem, dass es immer noch mit dem bloßen Auge zu trennen war. Oder wie jetzt im Dezember 2020, wo ich beide schön zusammen im Teleskop gesehen habe, Saturn mit dem Ring und Jupiter mit den Monden. Aber dass der Jupiter so davorsteht, dass die Ringe des Saturn so rechts und links so ein bisschen rausragen, dass der Saturn so ein paar Hänkelchen kriegt. Ohren kriegt, ja. Ohrchen kriegt, ja. Oder zumindest partiell. Das wird dann zweimal passieren im Jahr des Herrn, 7541. Da werden sich die beiden so begegnen, dass der Jupiter vor Saturn herzieht. Und da tut uns nichts mehr weh. Aber wer weiß, wer dann zu diesem Zeitpunkt Astronomie-Podcasts oder Hologramme oder was auch immer telepathische Transmissionen macht. Genau. Oder ob da nur noch die KI. Oder sich vielleicht aus der Nähe anguckt und da schon wohnt. Aber da sieht es ja dann wieder am Himmel ganz anders aus. Oh ja, das wäre ein anderes Thema. Das wäre ein anderes Thema. Aber wir haben gesehen, dass es am Himmel mit diesem Tanz der Planeten und Mond auch noch dazu genommen, mit diesen Begegnungen, mit diesen Treffen immer wieder was zu sehen gibt. Manche Sachen recht häufig, Jupiter neben dem Mond und so. Andere Sachen ziemlich selten, enge Begegnung von zwei Planeten. Und andere richtig selten. Aber hingucken lohnt sich. Und das kann man sich natürlich auch so als kleiner Tipp noch. Es gibt ein schönes Programm. Also das Tollste ist natürlich, das in einem Planetarium, in einer Kuppel sich anzugucken. Aber man kann das auch auf dem heimischen PC. Und zwar umsonst, kostenlos. Da gibt es ein wunderschönes Programm namens Stellarium. Und mit dem kann man sich diesen Planetentanz auch im Grunde simulieren und auch mal so in der Zeit vor und zurück gucken. Man lockt quasi so einen Planeten ein und schaut dann mal, wann kommt denn was anderes da vorbei. Und natürlich gibt es Jahrbücher und Zeitschriften, wo man solche Begegnungen als interessierter Himmelsgucker dann auch sich angucken kann und vorhersagen kann. Und dann ist es immer wieder total faszinierend auch zu sehen, dass auf die Himmelsmechanik Verlass ist. Dass es dann also am tatsächlichen Himmel auch wirklich so aussieht. Die Sterne sagen dir nicht, wann du zum Friseur gehen sollst. Aber wann sie irgendwo stehen, das verraten sie einem schon. In diesem Sinne, denke ich, verabschieden wir uns für heute. Und wenn unsere Plauderei, unserer gemeinsamen Spaziergang euch gefällt, freuen wir uns auch über ein Like. So ist es. Und wenn ihr es vor Weihnachten noch hört, dann wünschen wir euch mit vielen Weihnachtssternen ein wunderschönes Fest, ein wunderschönes Weihnachtsfest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weissner.